Die Berkel Volano B2 Nero Aufschnittmaschine ist die neueste Ergänzung zur Volano Familie und zeichnet sich durch ihr harmonisches und elegantes Design aus. Ihre kompakte Struktur gewährleistet Benutzerfreundlichkeit und Handlichkeit, Schlüsselaspekte für alle, die Effizienz und Praktikabilität in der Küche suchen. Das moderne Chromstahlmesser sorgt für gleichmäßige Scheiben und präzise Schnitte und bewahrt dabei seine Konsistenz über die Zeit. Der integrierte Schärfer mit separaten Bewegungen ist dafür konzipiert, maximale Präzision zu gewährleisten und das ursprüngliche Profil der Klinge zu respektieren. Das typische, verzierte Schwungrad ragt nur 3 und 30 mm unter der Stützfläche heraus, um das Öffnen der darunterliegenden Schubladen zu ermöglichen. Die Struktur ist aus einer speziellen Aluminiumlegierung gefertigt, mit Gummiabies-Füßen und Edelstahl, um während des Gebrauchs Stabilität zu garantieren. Der gleitende gezahnte Fleischdruckarm mit kalibrierten Mindeststärke verringert Verschwendung und immobilisiert das Schneidgut. Währenddessen ist der gesamte Block leicht entfernbar für eine einfache und schnelle Reinigung. Abschließend garantiert das eingebaute NFC-Tag die Echtheit jeder Maschine. Die Berkel B2 Nero Aufschnittmaschine ist ideal für diejenigen, die eine vielseitige Maschine suchen, die in der Lage ist, Wurstwaren, Fleisch, Käse und vieles mehr mit äußerster Eleganz und Funktionalität zu verarbeiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Bis zum nächsten Mal.